Meier & Horn – Kaffeegenuss aus Tradition Unser Unternehmen bietet Dienstleistungen rund um Kaffee. Rösten, Malen, Abfüllen – seit Generationen werden Wissen und Erfahrung in diesem Bereich weitergegeben. Durch Leidenschaft, mit der all unsere Mitarbeiter arbeiten und moderne Technologien, entsteht Kaffee von höchster Qualität. Das und zufriedene Kunden stehen an oberster Stelle. So beraten wir sie auch gerne bei der individuellen Mischung ihres Kaffees. Durch jahrelange Erfahrung finden wir gemeinsam mit ihnen den passenden Geschmack. Wir produzieren außerdem in allen Mengen, egal ob für Privatperson oder den Großabnehmer. Auch bei der Verpackung stehen wir ihnen bei Fragen wie Größe, Art und Design mit Rat und Tat zur Seite. Unsere Eigenmarke Hagenbeck Kaffee ist das Highlight unseres Sortiments und für den Einsatz auf sämtlichen Kaffeemaschinen abgestimmt. Ob gemahlen oder in ganzen Bohnen – die Qualität stimmt bei all unseren Produkten.